Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Liebe von dir, die Liebe von dir, dein Wille soll geschehen. Dein Signal ist reichlich für uns alle. Oh, du darfst deine Sohn, der für uns starb. Jesus, komm vor dir, weil du uns so liebst, kann es gehen. Oh, du darfst deine Sohn, der für uns starb. Dein Signal ist reichlich für uns alle. Oh, du darfst deinen Sohn, der für uns starb. Jesus, komm vor dir, weil du uns so liebst, kann es gehen. Oh, du darfst deine Sohn, der für uns starb. Halleluja, Halleluja. Wir geben dir alle Ehre. Wir wollen, dass du, mein Gott, das dein Wille heute geschehen. Wir jagen noch mehr von dir, wir jagen noch mehr von dir, in unserem Leben, in unserem Gottesdienst. Und wir geben dir alle Ehre. Geben dir Ehre. Geben dir Ehre, dass du, mein Gott, das dein Wille heute geschehen ist. Denn er ist alles lohn für dich. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen. Auf diese Feuerkonferenz. Jesus, heil zerbrochene Herzen. Und ich möchte dir sagen, Friede sei mit dir. Denn Friede von dem Herrn. Und möge seine Gnade sich über dein Leben vermehren. Und einfach sagst du, zwei, drei, vier, рядом mit dir stehen, Friede sei mit dir. Geben dir, der Schalom Gottes, dich füllen. Halleluja. Prisagivatis. Ihr dürft gerne Platz einnehmen. Es ist ein wunderbarer Tag heute. Und ich glaube, dass wir heute noch mehr was erleben werden. Die Berührung Gottes. Denn heute ist der dritte Tag der Konferenz. Und ich bin mir sicher, dass viele schon Heilung bekommen haben. Heilung der Seele. Heilung des Körpers. Und einige haben bestimmt für sich schon Affenbarung bekommen. Ich habe auch für sich selbst schon vieles unterstrichen. Und nach der Konferenz werde ich das alles verarbeiten. Und das ist so wunderbar, wenn der Heilige Geist seine Arbeit tut. Und wir alle dursten danach, dass die Kraft Gottes sichtbar ist. Wir wollen nicht einfach ganz normalen Gottesdienst. Wir wollen ein feuerliches Gottesdienst. Wir wollen ein feuerliches Gottesdienst. Wir wollen ein bewegen des Heiligen Geistes. Wir wollen die Kraft Gottes sehen. Amen. Sag das zu deinem Nachbarn. Heute werden wir die Kraft Gottes erleben. Gott hat so viel vorbereitet für uns. Und ich bin schon in diesem Vorgeschmack. Und ich sagte, Herr, ich werde alles aufnehmen, was du vorbereitet hast. Also sei offen. Also ein paar Ansagen. Und dann gehen wir in den Lobpreis hinein. In der Anbetung Gottes. Also heute. Wie immer findet parallel Kindergottesdienst statt. Also unsere Mitglieder wissen darüber Bescheid. Aber wenn hier Gäste sind mit Kindern von drei bis zwölf Jahren. Dann dürft ihr gerne eure Kinder nach oben bringen. Und die Leute der Kindergottesdienst werden euch da begrüßen. Und eure Kinder können teilnehmen an diesem Gottesdienst. Also wenn solche noch hier im Saal sind, ihr dürft gerne hochgehen. Das Zweite. Nach dem ersten Gottesdienst werden wir ungefähr zweieinhalb Stunden Pause haben. Und da wir die Möglichkeit nicht haben, alle mit Mittagessen zu versorgen. Aber unsere Gemeinde befindet sich im Zentrum dieser Stadt. Und wir haben viele Möglichkeiten, wo man hingehen kann, um zu essen. Wenn ihr rechts rum geht, dann habt ihr die Möglichkeit, schon was zu essen. Und in der Innenstadt sowieso viele Möglichkeiten. Und wenn ihr links rum geht, um Richtung Hauptbahnhof, da ist auch McDonalds. Das betrifft vielleicht mehr junge Leute. Denn die fahren ja bei einem McDonalds niemals vorbei. Selbst wenn die zu Hause schon gegessen haben. Und in dieser Zeit hoffe ich, dass alle es schaffen, was zu sich zu nehmen. Und um drei Uhr starten wir dann mit dem Zweiten Gottesdienst. Und es wäre wunderbar, wenn ihr alle auch zu einem Zweiten Gottesdienst kommen würdet. Halleluja. Ich glaube, das war alles, was die Vermeldung betrifft. Und jetzt, liebe Gemeinde, ich würde euch bitten, mal alle aufzustehen. Halleluja. Du weißt, unser Herr ist würdig, einem allen Lob zu schenken. Er ist würdig des Ganzen des Lobes. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir als Gemeinde diese Offenbarung haben, wie wichtig Lob und Anbetung ist. Denn es gibt Kraft oder Power in deiner Anbetung. Wenn wir Jesus anbeten, wenn wir seinen Namen erheben, dann verändert sich die Atmosphäre. Es verändert sich die Atmosphäre, weil das Reich Gottes real wird. Die Herrlichkeit Gottes bedeckt uns. Und wenn wir seinen Namen erheben, dann geschieht etwas. Denn es steht geschrieben, dass Gott selbst droht im Lobpreis seines Volkes. Gott lebt im Lobpreis. Sein Herz freut sich, wenn seine Kinder ihn preisen. Es ist gleich, wie du dich gerade fühlst. Triff einfach die Entscheidung. Ich will ihn preisen. Wir singen nicht Lieder einfach so zur Abwechslung. Sondern bewusst verherrlichen wir den, der alle Ehre würdig ist. Und wir beten den lebendigen Gott an. Wir beten keinen Götzl an. Nein, sondern wir beten den lebendigen Gott an. Und unser Gott. Er ist ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Und da, wo Gott ist. Und da, wo Gott lebt. Da, wo Gott lebt. Da verändert sich alles. Du veränderst dich. Da, wo Gott lebt. Da geschehen Zeichen und Wunder. Und deshalb gefällt es ihm, wenn seine Kinder ihn preisen. Und wir sind seine Kinder. Wir sind seine Kinder. Und wir kennen ihn. Denn er hat uns sicher verwahrt. Und du weißt, ich werde ihn preisen. Ich werde ihn loben. Denn er ist mein Gott und Herr. Und wir wollen ihn jetzt verherrlichen. Wir wollen ihm die Ehre geben. Erhebe ihn. Herr, wir beten dich an. Wir превосносим тебя. Wir erheben dich. Wir schlägen dich. Und wir preisen dich. Wir erheben deinen Namen. Denn du bist ein Gott, der liebt. Und ich liebe. Weil du in mir lebst. Ich habe Leben. Weil du mir Liebe gegeben hast. Du hast mich geboren. Und ich bin mit Freude erfüllt. Und ich preise dich. Ich freue mich vor über dich. Denn du, Herr, bist mein Retter. Du bist mein guter Hirte. Du bist hier Gower Raffa. Du bist hier Gower Irre. Und wir erheben dich. Du bist ein allmächtiger Gott. Und wir preisen dich. Wir preisen dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Jesus, du bist es für dich. Jesus, du bist es für dich. Heiliger Geist, ich spüre deine Gegenwart hier. Alleluja. Alleluja. Alles zusammen. Nabeutene Rute bläschite. Klatscht. Klatscht. Подnimm bitte deine Rute. Erhebt deine Hände. So. Ich lebe in den Lechten meines Weltans, ich trage seinen ewigen Armen, ich seh gleich für dich auf Wasser laufen. Ja, du lebst, du lebst in mir, ich leb' um dir zu folgen, denn ich will nur deine Liebe. Ja, du lebst, ja, du siehst noch mal zusammen. Ich lebe in den Lechten meines Weltans, tanze in seinen ewigen Armen, ich seh gleich für dich auf Wasser laufen. Ja, du lebst, du lebst in mir. Du kamst zu uns und brach das Leben unvergänglich. Nun erweckt sind wir die Freiheit, die meins Ende. Deine Liebe baut den Weg hier ums, du allein. Ja, du lebst, ich lebe in den Lechten meines Vaters, tanze in seinen ewigen Armen, ich seh gleich für dich auf Wasser laufen. Ja, du lebst, du lebst in mir. Aus tiefstem Grauen, bunter Farben, rufst du uns her. Dein Leben strahlt für alle sichtbar. Die Welt wird sehen, deine Liebe baut den Weg für uns. Ja, du lebst, du lebst, du lebst. Ich lebe in den Lichtmangelstrettern, tanze in seinen ewigen Armen, ich seh gleich für dich auf Wasser laufen. Ja, du lebst, du lebst, du lebst in mir. Ich lebe, um dir zu folgen, denn ich will nur deine Liebe. Ja, du lebst, ja, du lebst, du lebst in mir. Dass alle Welt die Liebe sieht, dass alle Welt erkennt. Nur du bist Gott, für immer bist du erhöht. Der eine, der die Sterne hält und jedes Herz, das schlägt auf dieser Welt. Jesus, du bist der Hund, ja, du lebst. Ich lebe in dem Lichtmangelstrettern, tanze in seinen ewigen Armen, Ich seh gleich für dich auf Wasser laufen. Ja, du lebst, du lebst in mir. Ich lebe, um dir zu folgen, denn ich will nur deine Liebe. Ja, du lebst, ja, du lebst, du lebst in mir. Ja, du lebst, ja, du lebst mit mir. Aus Angst zum Morgen, aus Furcht und Sorgen, rufst du mich heraus. Wenn Glaube schwindet und Hoffnung endet, bleibst du mein Zuhause. Wenn ich denk, ich bin nicht gut genug, bist du genug für mich. Ich entscheid mich, ich vertraub dich, du lässt mich nicht zum Stich, du lässt mich nicht zum Stich. Wenn deine Liebe hält mich, lässt mich nie los, sie bleibt bei mir, halte mir wie ein Echo. Wenn deine Liebe hält mich, lässt mich nie los, sie bleibt bei mir, halte mir wie ein Echo. Zu allen Zeiten wird mich begleiten, was du mir versprichst. Oh, was du geplant hast, das wird geschehen, bis es vollendet ist. Wenn ich denk, ich bin nicht gut genug, bist du genug für mich. Ich entscheid mich, ich entscheid mich, ich vertraub dich, du lässt mich nicht zum Stich, du lässt mich nicht zum Stich. Wie ein Echo. Wie ein Echo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wenn ich denk, ich bin nicht gut genug, bist du genug für mich. Und ich entscheid mich, ich vertraub dich, du lässt mich nicht zum Stich, du lässt mich nicht einsammeln. Wenn deine Liebe hält mich, lässt mich nie los, sie bleibt bei mir, halte mir wie ein Echo. Wenn deine Liebe hält mich, lässt mich nie los, sie bleibt bei mir, bleibt bei mir. Wenn deine Liebe hält mich, lässt mich nie los, sie bleibt bei mir, halte mir wie ein Echo. Wenn deine Liebe hält mich, lässt mich nie los, sie bleibt bei mir, halte mir wie ein Echo. Wenn deine Liebe hält mich, lässt mich nicht zum Stich. Wenn deine Liebe hält mich, lässt mich nicht zum Stich. Wenn deine Liebe hält mich, lässt mich nicht zum Stich. Wenn deine Liebe hält mich, lässt mich nicht zum Stich. Und ich kann mich 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 zum Stich. Bist du gut, Jesus, und deine Liebe halbt wie ein Echo, Herr Danke, Jesus, danke, Jesus Halleluja, Herr, du bist so gut zu uns, Herr Und du allein bist für dich, Herr Dass wir dich ehren und anbeten, Herr Dass wir dich anbeten, erheben, Herr Du bist so, so gut zu uns, Herr Und wir können dich lieben, Herr, weil du uns zuerst geliebt hast Weil du zuerst auf uns zugegangen bist, Herr Und das hast du bewiesen, Herr Indem du deinen Sohn Jesus gabst Und der für uns am Kreuz gestorben ist, Herr Das größte Liebesbeweis ist das Kreuz Das größte Liebesbeweis, das Gott für uns Menschen hat, ist das Kreuz Seinen eigenen Sohn opferte er für uns Halleluja, Halleluja, danke, Jesus Und ich höre und spüre Deine Liebe halbt wie ein Echo in mir Deine Liebe halbt wie ein Echo in mir Deine Liebe hat 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 wie ein Echo in mir Komm er hebt deine Stimme, er hebt deine Hände zu ihm Und bitte an, bitte unseren König an Komm bitte an, oh bitte an, es würde ich Er ist ehrlich, er ist gütig Deine Liebe hat wie ein Echo in mir Deine Liebe hat wie ein Echo in mir Ja, ich weiß, ich weiß, wer ich bin durch dich Ich weiß, wer ich bin durch dich Heiliger Geist, offenbare Offenbare, wer wir in dir sind Offenbare, Herr, dass wir verstehen, wir sind geliebte Befreite, gerechte Kinder Wir haben freien Zugang zu dir Freien Zugang in die Herrlichkeit Gottes Freien Zugang in das Allerheiligste Weil wir durch das Tor Jesu gehen Und Jesu hat uns heilig gesprochen und gerecht gesprochen Und wir können eintreten Können zu ihm kommen Können uns umarmen lassen von ihm Können uns auf seinen Schoß legen Können uns einfach lieben lassen Deiner Betung ist ein Wohlgeruch vor dem Herrn Komm, bete ihn an Bet ihn in Sprachen an Sing in Sprachen, wenn du kannst Bete Nimm eigene Worte, sing dem Dank Dank dem für das, was er tut in deinem Leben Was er getan hat in deinem Leben Dass er dich befreit hat, geheilt hat Es ist egal was Aber komm, lass uns ihn anbeten Ihn würdigen, ihn ehren, ihn Dank bringen Und wenn du kannst, wenn du kannst, wenn du kannst Und wenn du kannst, 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 Deine Güte, Deine Gnade lebt in mir. 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 Und in seinem Haus ist ein Platz für dich, für dich, für mich. Alle, die hier sind, ein Platz im Himmel ist für euch reserviert. Halleluja, oder? Deswegen lassen Sie sich einfach so singen. Wir müssen jubeln, wir müssen feiern, wir dürfen uns freuen. Wir haben einen Platz in der Ewigkeit, oder? Lassen Sie sich einfach singen. Halleluja. Oh, wie der Sohn befreit, er ist wirklich frei. Ich bin Gottes Geh, ja, sein Geh. Mit in seinem Haus ist ein Platz für mich. Ich bin Gottes Geh, ja, sein Geh. Ich bin Gottes Geh, ja, sein Geh. Wenn der Sohn befreit, er ist wirklich frei. Ich bin Gottes Geh, ja, sein Geh. Gott ist ein Geh. Wenn der Sohn befreit, er ist wirklich frei. Wenn der Sohn befreit, er ist wirklich frei. Ich bin Gottes Geh. Das Kind, ja, sein Kind, sag mir so, alleluia, ich bin dein Kind, oh, ich bin dein Kind, oh, ich bin dein Kind. Jesus, ich bin frei vor dir. Lass uns den Fokus darauf legen. Jesus, ich bin frei vor dir. Du bist frei. Jesus, ich bin frei vor dir. Durch dein Blut am Kreuz. Lass uns singen, wir sind frei. Jesus, ich bin frei vor dir. Jesus, ich bin frei vor dir. Jesus, ich bin frei vor dir. Durch dein Blut am Kreuz. Zieh jetzt raus. Jesus, ich bin frei vor dir. Jesus, ich bin frei vor dir. Jesus, ich bin frei vor dir. Gott, ich bin frei vor dir. Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus Alleluia. Alleluia. Wir beten dich an. Wir beten dich an, Jesus. Du weißt, das ist der Moment, wo wir die Schönheit Gottes betrachten. Wenn wir auf seine Herrlichkeit schauen, so widerspiegeln wir uns in seinem Ebenbild. Das ist der Moment, wo wir seine Liebe erfahren, wo wir Offenbarung bekommen, wo wir uns in ihm festigen. Und er wünscht sich so sehr, dass wir diese Offenbarung haben über die Liebe des Vaters. Und wir haben gesungen, Ich bin dein Kind. Ich bin sein Kind. Und sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir seine Kinder sind. In dem Namen Jesu ist Freiheit. In dem Namen Jesu ist Kraft. Es ist Heilung. In diesem Namen ist so viel hineingelegt und es steht geschrieben, und es steht geschrieben, dass vor diesem Namen wird sich jedes Knie beugen. Der Tag wird kommen, wo jeder sagen wird, du bist der Sohn Gottes. Und ich beuge mich vor dem König aller Könige. Ich sehe, dass du Sohn Gottes bist. Und nur ihm gebührt alle Ehre. Nur ihm allein. Und wenn wir anbeten, das ist so göttlich. Das ist so göttlich. Das ist so göttlich. Und Jesus kam in diese Welt, um uns diese Freiheit zu geben. Wir waren Knechte der Sünde, sagt uns die Schrift. Aber Jesus kam und es steht geschrieben, dass er uns befreit hat von dieser Knechtschaft der Sünde. Und für mich sind diese Worte in der Schrift so kostbar. Послушай, Sam Otec das Selbstvater hat uns aus der Macht der Finsternis hinausgeführt in das Reich seines geliebten Sohnes. Oh, ich will, dass du das hörst. Er hört das bei deinem Geist. Er hat dich rübergeführt. Du warst in der Macht der Sünde. Und er hat dich in das Reich des geliebten Sohnes geführt. Und er wünschte, dass du und ich frei sind. Frei von Angst. Frei von Schuldgefühlen. Frei von Schuldgefühlen. Frei von Ablehnung. Frei von Abhängigkeiten. Frei von jeder Krankheit. Und ich bete immer wieder dass, wie der Geist, die Seele und der Körper in diese göttliche Form kommt. Harmonie. kommt. In diese göttliche Harmonie. Wir sind nicht Knechte der Sünde. Das Gesetz im Geist, im Jesus Geist hat uns davon befreit. Glaubst du auch daran? Wir müssen glauben an das, was im Wort Gottes geschrieben steht. Und du musst nicht mehr in Angst und in Knechtschaft leben. Hör mal zu, das ist nicht mehr deine Natur. Wir haben die Natur Gottes. Er ist in dir. Jesus kam und hat uns mit dem Vater versöhnt oder vereint. Und wir sind wieder eins geworden. Ich und der Vater, wir sind eins. Ich weiß nicht, ob du das auch sagen kannst. Ich und der Vater, wir sind eins. Ich und der Vater, wir sind eins. Er hat mich geboren. Er ist in mir. Und ich in ihm. Und ich in ihm. Und ich in ihm. Ich bin sein Kind. Und mein Otec. Er ist mein Vater. Und ich genieße das. Ich habe keine Schuldgefühle. Weil Jesus diesen Vorhang zerrissen hat. Das, was zwischen ihm und den Menschen war. Jesus zerrissen. Und jetzt haben wir diese Freimütigkeit. Hinein zu gehen, das Allerheiligste. Hinein zu gehen und in die Gegenwart des Vaters vermeiden. Ich mag es vor dem Thron der Gnade zu stehen. Und empfangen all das, was Gott für mich hat. Und als Kind hast du dieses Recht. Glaubst du daran? Du hast das Recht. Du hast das Recht. Du hast das Recht. Du hast das Recht. Volles Recht. Vorzutreten. Und alles zu sich nehmen, was beim Vater ist. Alles, was Jesus für dich getan hat. Das an sich zu nehmen im Glauben. Und leben in Freiheit. Leben in Freude. Und sich begeistern über Gott. Und ihn erheben. Und ihn erheben. Das noch mal die Ehre geben. Danke dir, Jesus. Und erheben. Und ihn erheben. Gott liebt es, uns zu bereichern. Gott liebt es, uns zu bewundern. Er liebt es, Segen über uns auszuschütten. Und es gefällt ihm auch zu vermehren. Glaubst du auch, dass Gott vermehrt? Gott vermehrt. Und Gott gibt einen Überfluss. Und wir werden jetzt einen guten Dienst haben. Denn wir haben wieder die Möglichkeit, auch mit unseren Finanzen zu dienen. Und wir können das Reich Gottes sehen. Und Apostel Paulus, der sagt, dass Gott fähig ist, uns zu bereichern. Glaubst du daran? Er ist in der Kraft, uns zu bereichern, uns zu segnen. Dass wir in allem alles genug haben. Glaubst du, dass Gott das für ihn möglich ist? Und warum macht er das? Damit wir reich sind an jedem guten Werk. Sag, gute Werke. Halleluja. Halleluja. Und du kennst, er sagt, er aber, der dem Seemann Samen darreicht, um Brot zu speisen, er möge euch die Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. Also den Samen wird demjenige gegeben, der ihn auch aussäht. Und Gott ist der, der diesen Samen gibt. Glaubst du, Gott ist es, der dich segnet? Und was du besitzt, das hat er dir gegeben. Du kennst, er gibt einen Samen. Er pflegt es. Und legt es gedeihbar. Und vermehrt das, was du ausgesät hast. Und er ist es auch, der es vermehrt. Und er wird die Ernte euren Wohltaten vermehren. Und Apostel Paulus garantiert hier, dass Gott dich segnet wird. Und für was das alles? Damit ihr an allem reich seid. Auch für alle Großzügigkeit. Sag für Großzügigkeit. Für Großzügigkeit. K. 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 dass die Gaben ein Ausdruck der Großzügigkeit sein. Und ihr wisst, die Finanzen ist leider so eine Fähre, wo man versucht, davon zu entfliehen. Aber wisst ihr, Gott hat uns gesegnet nicht nur dafür, dass wir reich sind, sondern dass wir reich sind, um großzügig zu sein und auch teilnehmen können, mithelfen können und aussehen, weil Gott das dann nimmt und vermehrt und wieder deine Ernte segnet. Und dann, wenn wir geben, das ist die Zungensprache der Liebe. Was nutzt uns, wenn der Mensch sagt, ich liebe dich, aber mit den Taten sieht man das nicht. Ich glaube, dass Gott uns noch mehr segnet. Und wir als Gemeinde sind so dankbar, dass eure Herzen so offen sind. Und dass ihr wirklich großzügig schon seht. sehr großzügig und wisst ihr, Gott garantiert, dass er dich noch mehr bereichern wird. Er wird dich noch mehr bereichern. Glaubst du auch daran? Halleluja! Lass uns einem Gott die Ehre geben für das, dass er uns segnet. Weil das, was wir haben, das sehen wir auch. Also bitte ich auch die Brüder, dass sie die Körper verteilen. Halleluja! Halleluja! Sлавa Bogu! Sлавa Bogu! Es gibt so viele Zeugnisse in meinem Leben. Ich will auch nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. So wie Gott einfach auch übernatürlich uns persönlich mit Finanzen gesegnet hat. Und Gott hat uns immer gezeigt, hier, ich bin bei euch. Und ich werde dich versorgen. Ich werde für dich sorgen. Ne переживай. Hab keine Angst. Sondern vertraue mir. Und ich werde dich zeigen als Gott, der versorgt. Ein Gott, der liebt. Ein Gott, der liebt. Ein Gott, der bezweifelt. Ein Gott, der belohnt. Halleluja! Halleluja! Und ich werde mich nicht so lange warten. Ich werde mich nicht so lange warten. Ich werde mich schon bitten, dass Misch jetzt nach vorne kommt. Lass uns ihm. Gott, danke für ihn, dass er hier ist. Und dann bitte du dich für das Begründnis, für das Begründnis. Und anschließend betest du dann, wenn die Opfer darf. Давайте mir Gorsиноchki. Es ist wirklich ein Segen, dass er zu uns gekommen ist. Und als ich ihn fragte, wie konntest du überhaupt innerhalb eines Mohnes diese Entscheidung treffen, noch zu kommen? Er ist doch immer unterwegs. Er ist immer auf irgendeiner Konferenz. Und als wir diesen Wunsch hatten, den Eindruck, ihn auf unsere Konferenz einzuladen, und wir haben uns gesagt, nee, er kommt schon im September nach Deutschland. Zweimal wird er ganz bestimmt nicht herkommen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir als Gemeinde eine besondere Verbindung zu Gott haben. Sohn sagt man, nee, es wird nicht klappen, braucht ihr gar nicht versuchen. Aber das gilt nicht für uns. Wir sagen, auch Fragen kostet ja nichts, wir machen das. Und später erzählt er, ich hatte auch Einladungen zu anderen Konferenzen schon. Aber als sie diese Einladung gesehen haben aus Osnabrück, er sagt, ich habe sofort von da alles abgesagt. er sagt, ich fahre nach Deutschland. Ich fahre nach Osnabrück. Ich fahre nach Osnabrück. Danke dir. Wir freuen uns, dass du hier bist. Halleluja. Lass uns bitte unsere Hände ausstecken. Господь, wir bedanken dir für deine Gegenwart hier. Danke, dass du bei uns bist, wie du es versprochen hast. Und wir danken dir, dass du reichlich uns segnest. Und von dem, was wir haben, dem Segen, was wir empfangen haben, wir teilen und geben es weiter. Diesen Segen teilen wir und geben wir weiter. Und ich bete darüber, dass du diese Finanzen brichst und dass sie richtig im Namen von Jesus Christus ausgeteilt werden. Und ich bete, dass du jeden von uns segnest, dass wir wirklich reich sind, für gute Werke zu tun. Dass wir großzügig sind. Dass wir großzügig sind. Großzügig. Dass wir Gott sehli. Und dass wir aussehen, потому dass wir знаем, dass du den Samen gibst. Du lässt es wachsen. Du vermehrst es. Und du segnest. Und dein Schutz über uns. Und das kann niemand uns berauben. Weil sie in deiner Hand sind. Danke dir. Wir geben dir alle Ehre. Und das Ganze voll sagt, Amen. 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 So, wie fühlt ihr euch heute? Amen. Ich fühle mich, dass hier die Verigkeit ist. Ich fühle mich heute das Glaube da. Ich dachte, dass wir hier heute hier sein können. Ich dachte, ich nehme gleich die Möglichkeit. dass wir hier schon richtig im Feier, dass er einfach direkt auch betet. Amen. Ich bin auch so froh, dass ich die letzten Tage mit euch sein konnte. Und ich denke, dass wir heute einen tollen Abschluss bekommen für diese Konferenz. Wir wollen einen Gottesdienst haben. Bitte, er ladet noch mehr Gäste ein. Und ich fülle den Saal. Ich bin mir sicher, Gott möchte diese Konferenz mit einem Ausrufezeichen beenden. Amen. Wer war hier die letzten zwei Tage? Bitte einmal die Hand hoch. Wow, ihr seid wirklich Helden. Ihr seid wirklich Helden. Den dritten Tag schon direkt hintereinander in der Kirche. Ihr habt sicherlich direkten Tickets zum Himmel. Also das Haus ist größer geworden. Ich bin so froh, hier zu sein. Ich komme aus Los Angeles hier. Ich bin so froh, hier zu sein. Ich komme aus Los Angeles hier. Seit 1989 wohne ich in Amerika. Wir sind aus Moldawien ausgewandert. Ich weiß nicht, ob ihr das Foto meiner Familie noch hinten habt beim Beamer. Dann könntet ihr das vielleicht nochmal ausstrahlen. Meine Frau Estelle, die gibt euch Grüße. Und ich habe drei Kinder. Stärscher, mein Kind, das ist das älteste Kind. Das ist mein Kind. Das Wunder. Wenn ihr an Wunder nicht glaubt, dann müsst ihr ihre Geschichte hören. Denn Gott hat sie von den Toten wieder zurückgeholt. Wenn die Ärzte eine Diagnose geben. Wir sagen, wir können nichts mehr tun. Sie wäre wirklich komplett tot. Die Ärzte sagten, hey, du hast jetzt die letzten Momente, dich zu verabschieden von deiner Tochter. Aber das, was diese Welt sagt, das ist vielleicht nur ihre Wahrheit. Das ist das, was sie glauben. Ich weiß aber, dass das letzte Wort Gott gehört. Und wir haben für sie gebetet. Und sie ist lebendig. Und sie ist jetzt 6,5 Jahre. Und sie ist einfach wunderbar. Meine zweite Tochter, sie ist vier Jahre alt, Viener. Und sie ist einfach süß. Und sie kommt immer und umarmt und sagt, Papa, ich liebe dich. Und sie kann einfach in der umarmung verharren. Und einfach so schön. Und mein Mann. Mужik. Mein gestandener Mann. Kreis dem Herrn. Er ist jetzt zehn Monate. Da erinnere ich mich nicht, glaube vier. Aber er ist wirklich so, ein ganzer Mann. Auf sieben Monate hat er die gleiche Pampers größte getragen, wie meine Tochter, wenn sie zur Nacht die Pampers anzieht. Er hat wirklich so, ein ganzer Mann. Er ist wirklich so, ein Mann. Ein Mann. Ich war mit dem Abflug hierher, habe ich meinen Kindern noch gespielt. Und mein kleiner Mann. Er hat so einen Zweig genommen. Ich wollte ihm den Zweig wegnehmen. Und er hat mich direkt am Gesicht erwischt. Ich habe noch eine kleine Schramme. Er wollte zeigen, ich bin ein Mann. Ich liebe meine Familie sehr. Und große Grüße von Ihnen an euch. Wir werden in Deutschland wieder in drei Wochen. Nach drei Wochen bin ich wieder in Deutschland. Und meine Frau und die älteste Tochter kommen dann mit. Also ich freue mich sehr, wenn sie mich begleiten. Und sie lieben wirklich das deutsche Brot. Ihr habt das beste Brot. Meine Frau sagt, komm nicht zurück nach Hause ohne zwei Leib Brot. Also wer auch immer mich heute zum Flughafen will, bitte erst vorher bei der Bäckerei anhalten, sonst werde ich zu Hause nicht reingelassen. Wir freuen uns sehr, hier zu sein. Wenn du an Wunder nicht glaubst, es ist sogar ein Wunder, dass ich in Russisch spreche. Ich war sechs, als wir nach Amerika kamen. Und ich habe die russische Sprache vollkommen gelernt. Als ich den Pastor vor zehn Jahren kennengelernt habe, konnte ich überhaupt nur kaum den Satz zusammen verbinden. Aber Gott tut Wunder. Also das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich russisch predige mit einer Übersetzung in eine andere Sprache. Also das ist für mich wirklich cool, diese Sprache zu praktizieren. Habt ihr eine Bibel dabei? Wer hat eine Bibel da? Auch die elektrische, ihr dürft sie hochheben. Wenn ihr aber eine Seiten Bibel habt, also mit Blättern. Dann habt ihr noch eine höhere Ebene im Himmel erreicht. Wenn elektrische, ist auch okay. Hauptsache, du liest es auch. Ich glaube, dass Gott heute euch wirklich etwas Starkes weitergeben wollte. Ich fange heute jetzt mit einem Thema an, den ich nachmittags nochmal von einer anderen Sphäre beleuchten will. Поверьте zu meinem Rimmlern, 3 главa, 27 стих. Im Römer 3, 27. Und hier schreibt Paulus zu den Italienern. Они, наверное, кушают там Fettacini Alfredo. Что das такое? Fettacini Alfredo. Fettacini. Fettacini. Pasta, Pizzas, Pizzas, Mario Luigi. Italiener. Короче, Italiener пишet. Den Italienern. Они Pasta kuchen, точно. Also auf jeden Fall wird da Pasta gegessen. Und der Gemeinde in Rom wird das Brief geschrieben. Und das war eine Gemeinde, die wirklich die Gesetze sehr geliebt hat und sich daran festhielt. Und wenn man das ganze Buch an die Römer oder das ganze Brief an die Römer nimmt. Und das alles in einem Vers oder einem Kapitel nimmt. Das war, наверное, 1.Gl. 17 Stich. Und in einem Vers, das wäre bestimmt 1.Gl. 17 Stich. 1.7, Römer 1.7. Und dort ist so ein Satz. The righteous will live by faith. So, праведный будет жить верой. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Если бы взять всю книгу und поставить в одну Fразу. Also wenn man wirklich die gesamte Botschaft zusammenfasst und in einem Vers. Und man kann wirklich durch diesen Satz den ganzen Brief beleuchten. Denn das ist ein wirklich theologisch starkes Buch. Ich würde sagen, dass wir auf diese Linze schauen wir den gesamten Brief an. Dass wir Gerechte sind. Сегодня wir über das singen. Darüber haben wir heute schon gesungen. Das ist das, was Jesus vollbracht hat. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Und jetzt sind wir Gerechte. Через Christa. Durch Christus. Amen. Через Christa. Durch Christus. Nicht durch unsere Taten, durch Christus. Und er hat gesagt, wir werden aus Glauben leben. Also der Gerechte lebt aus Glauben. Nicht aus Zweifeln. Nicht aus Infos. Nicht aus Infos. Nicht der Politik. Nicht aus der Politik. Nicht aus der Politik. Nicht aus der Nationalität. Das ist alles zweitrangig. Aber wir leben aus Glauben. Denn der Glaube ist wie die Verung des Königreichs. Hier benutzen wir Euro. In den USA wird Dollar benutzt. Aber im Königreich Gottes. Nur Glauben wird anerkannt. Jesus hat alles schon gegeben für uns. Und durch Gnade hat er schon alles vollbracht. Und durch Gnade hat er schon alles vollbracht. Also die Gnade hat das Werk schon vollendet. Und das Problem ist, warum wir manchmal nicht in dieser Gnade leben. Wir nehmen es nicht aus Glauben. Und die Gnade ist die Hand, die Gott zu uns ausstreckt. Und Glauben ist das, was wir unsere Hand ausstreckt und seine Hand ergreifen. Und diese Gnade zieht uns hoch. Und sie arbeiten zusammen. Aber wir können in dieser Welt nicht funktionieren als gerechtgesprochen, ohne Glauben. Also ich spreche heute über Glauben. Und in Römer 3, 27 schreibt Paulus. Es ist eine interessante Frage. Womit können wir uns rümen oder angeben? Oh, ein bisschen konservativ. Womit können wir uns rümen oder angeben? Also durch was werden wir uns rümen oder angeben? Weil sie haben sich gut gestellt durch ihre Taten. Ich gehe zur Kirche. Ich gebe mein Zehntel. Ich mache dich, dass sie alles richtig und alles in Ordnung. Und Paulus, der kommt dazwischen. Und er sagt, du wirst das mit diesem Husten? Und schau mal, was er sagt. Lest das mal bitte in Russisch vor. Wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein. Sondern durch das Gesetz des Glaubens. Paulus sagt, dass es deine Werte ist. Also sagt, Paulus, deine Werte ist. Ich weiß, dass es eine Brüste ist. Das ist wie eine Brüste, wie eine Brüste ist. In der Bibel gibt es ein Ausdruck, dass das wie eine Brüste ist. Wenn du das wirklich schmutzige Werte ist, dann ist das sehr schmutzige Werte. Also wirklich schmutzige Werte sind die Werte. Das sind die Werte. Also so ungefähr. Und Paulus richtet diese Worte an eine Nation, die richtig nach Gesetz und nach Kultur lebt und geht. Und er sagt, dein Verhalten, das bedeutet nichts. Deine Handlungen und Werke, die brauchen wir hier nicht. Und so ein Satz sagt er. Und so ein Satz sagt er. Das Gesetz des Glaubens. Nicht das Gesetz, die deine Werte. Nicht das Gesetz, das Mose dir gegeben hat. Und er sagt, das Gesetz des Glaubens. Wenn ihr euch erinnert, zehn Gebote wurden Mose gegeben. Mose hat es zu Gott gesagt, ja, ok, danke für die zehn. Aber es ist eben ein bisschen wenig. Und dann hat er noch mal 300 aufgeschlagen. Durch seine Interpretation von Gott. Wir machen manchmal Regeln durch unsere Kultur, durch unser Verständnis, durch unsere Offenbarungen und nicht immer sind unsere Gesetzes richtig. Ich zeige es euch etwas weiter. Im Vers 28 weiter. Iba my призnaем, что человек оправdывается верою, независимо от дел закона. Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerecht wird, ohne Gesetzeswerke. Iba my призnaем, что человек оправdывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только? И 31 стих, пожалуйста. А не и язычников. Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и не обрезанных через веру. и так мы уничтожаем закон верою никак. Это вопрос. Закон утверждаем. Видишь, он вопрос в 31 стихе спрашивает. Как это написано? В каком стихе? 31 стихе. Итак, мы уничтожаем закон верою никак. Нет, ты говоришь это как будто он говорит это как истинно. Это вопрос. Это вопрос. А, окей. Итак, мы уничтожаем закон верою никак, но закон утверждает. Люхэль, да. Мне нравится здесь, как Павел выражается. И он после этой фразы, что типа мы верим это закон веры, но потом он говорит типа, что теперь на поступки мы не смотрим? И он говорит нет. Он говорит нет. Но когда сначала мы верим, через веру мы живем правильно, неправильная жизнь дает нам веру. но вера это как фундамент, это как начало и через веру мы теперь живем правильно. Аминь. Религия учит, аминь, спасибо. Религия учит, что если я правильно живу, тогда я достигаю уровень. А Павел очень четко объясняет, что когда я верю, тогда правильная жизнь начинается. то, что я верю, так я и поступаю. Если тебе не нравится твои дела, проблема не в делах и не в грехах, проблема, где ты веришь, потому что если твоя вера неправильная мессия, только тогда грех идет за ним. Я верю, я верю, но все равно у меня это проблема, я падаю, порнографию смотрю, обманываю. Значит, твоя вера еще не выросла до правильного уровня, потому что если мы правильно верим, мы будем правильно жить. и он дает нам эту фразу, очень интересная фразу, это закон веры. И этот действительно интересный отзыв, который он говорит, это Gesetz веры. Не закон дел, не закон культуры, а закон веры. Смотрите, в Галатам очень интересный стих, пятая глава. Вера это, по-русски есть атрибют, есть какое слово атрибют? атрибют. Или это просто перевел неправильно. Есть такое слово, да? Это одна функция, которая и плод духа и дар духа. Это фрукт и это gift есть. Это одна часть, которая и там, и там. Больше нет других функций, которые и плод, и дар. не имеют функций, которые имеют которые вещества и гад вера очень интересная. И в Галатам он делает этот список девять плодов. И в Галатах он листит эти 9 фрукты 22-23 стих. Плод же духа. И он их говорит любовь, радость, мир. И он вычисывает все их. И в конце мне нравится фраза. Мы иногда читаем эти 9, но мы забываем, что там в конце написано. И очень важная эта фраза. И там один из этих качеств это вера. Или это верность в новом переводе. Это когда мы верны, это все через веру. И здесь эта фраза, представим эту фразу, against such there is no law. Против этого нету закона. На таковых нет закона. на таковых нет закона. Что эта фраза значит? разные уровни закона. Рада. Я помню, когда мне было 6 лет, и папа сказал, все, мы переезжаем в Америку. И он говорит, мы сядем на самолет, и мы полетим. И я спрашиваю такой вопрос. папа, а если самолет упадет? Потому что я знаю один закон. Как это по-русски? Притяжение? Что если я что-то опускаю, что происходит? Парри, я этот закон знаю. и этот закон реальный. Но он не всегда истинный. И папа говорит, есть еще закон, мой сын, который ты его не знаешь. Да, есть то, что падает, а он говорит, есть высший закон, чем притяжение. И он начал меня учить термодинамику. Аэродинамику. Я уже перевожу слова на русский язык, которые я не знаю. И он начал говорить, что есть закон, который выше этого закона. И он говорит, когда есть скорость, и то, и начал мне что-то объяснять, и я так и не понял. И он говорит, ты можешь не бояться. Потому что самолет, он умеет держаться, так как птица умеет держаться возле тебя. Потому что есть закон, который выше притяжения. И Павел здесь пишет в Галатах, что против любовь, радость, мир, веры, Он говорит, нет выше закона. Против этих нету закона. Самый высший закон это любовь, радость, мир. Все девять. И одна из них это вера. Выше веры нету закона. höher als glaube gibt es kein Gesetz. Вот почему информация, которую доктор тебе говорит, это не самый высокий уровень закона. Это информация, и как мы говорили вчера, это факты. Это реальность этого мира. Но есть высшие законы. Так как самолет может летать и не падать, высшие законы есть. И Павел говорит, вера это самый высокий уровень. Плоды духа это самый высокий уровень. Против них нету закона. Что это значит? Если меня кто-то обидел, если кто-то у меня украл, а я показываю ему любовь, снаружи кажется, что он выиграл. Он выигрывает. Он забрал. А в духе, если я показываю любовь, если у меня радость, если у меня вера, я выиграл. Моя уровень закона выше его уровень закона. Вот почему любое, что может происходить нам, нету выше закона, чем эти девять плодов. Если я проявляю эти плоды, и одна из них это вера, значит, я побеждаю, это лучше слово, чем я выиграл. Перевожу английского языка, и иногда некоторые слова не так выходят. И мы побеждаем, когда мы практикуем закон его. мы gewinnen, если мы практикуем свои Gesетки практикуем. Я никогда не забуду, один день моя дочка просыпается, вторая. Я erinnere меня, моя вторая точка будет вах, и ей где-то почти годик был. Она просыпается, и у нее rashes all over her body. Rashes. Rashes. Как rashes перевести? Красные такие. Да, еще эти. Винпокен. Короче, красные такие по всему телу. И даже как будто пузыри даже начали выходить. Как прянка? Ветерянка? Все, ветерянка. Она просыпается, все тело покрыто. Мы звоним одному, второму, третьему доктору. Они доктора в разных сферах. все сказали то же самое. У нее аллергия к чему-то. надо найти к чему у нее аллергия в вашем доме. Или это новый коврик, который вы принесли, какой-то материал, какой-то chemical чтобы химикат какой-то химикат? Да, что-то такое. Что-то вы принесли в дом, который это аллергия к ее телу. и они дали их закон. Они мне дали их уровень. Ученый уровень. Можно даже сказать правильный уровень. Они дали мне то, что на этой земле закон. закон. У твоей дочки аллергия. И надо избавиться от этого и своего дома. И мы думали целый день, что там в доме мы принесли, что это может быть. На второй день мы сделали эксперимент. Она проснулась и почти все ушло. И мы начали оставить ее в разной комнате. Посмотрите, что это где это находится. Эксперимент с дочкой. Годик. Думали, может что-то на улице. Поставили на улице играет нормально. В одну комнату нормально, в другую комнату нормально. Потом она начала играться между кухней и залом. Это кухня и зал это у нас вместе все вдруг все за пять минут все вышло. И мы поняли, что где-то здесь проблема. Мы вытащили ее оттуда. Дали разные кремы. Вот уже за дочкой моей. Чтобы как-то помочь и положили спать уже второй день. И мы не можем понять, что вообще за проблема здесь. И смотрим, думаем, что вы принесли в дом новое, что для ее тела не любит. аллергия. После второго дня положили ее спать и мы с женой решили брать причастие. Мы сели за стол, положили ее спать и мы взяли сок и у нас виноградного не было, мы взяли какую-то яблочную не знаю даже что. Если Иисус берет от воды виноградный сок тоже поняли что такое яблочный сок. Главное не то, что берем, а главно символ, что он значит. Мы взяли кусок хлеба и мы говорим, мы знаем, что у нее есть аллергия, это факты у нее в жизни. Это реальность. Медицина нам это показывает. И я сказал своей жене, я даже не хочу знать, к чему у нее аллергия. Потом всю жизнь ей надо думать, как мне не подходить близко к этому химикату или что это такое. И я сказал, одна реальность это земная реальность. Но у меня есть высший закон. У меня есть вера, которая выше закон, чем реальность на этой земле. И мы взяли эту чашу и сказали господь спасибо тебе, что ты пролил свою кровь. Ты дал нам новую жизнь, дал нам прощение. И потом мы взяли хлеб, мы говорим спасибо тебе господь что твое тело было ломимое, чтобы наше не было ломимое, чтобы наше было исцелено, что многие из вас болеют и даже умирают, потому что нет откровения тела. И вы знаете этот ферс в Бибель, многие из кранк или даже от шлаф потому что не ganz verstehen. В Коринфиан Павел пишет им, когда он учит их о причастии, и он говорит, много у вас в церкви болеют и умирают даже, потому что у вас нет познания или откровения тела, хлеба, вы понимаете кровь, что вы прощенные, что что попадаете на небо, что вы попадаете небо, но это только первая часть, вторая часть откровения это тело, и он говорит, из-за того, что вы не понимаете откровения тела, вы болеете и даже умираете прежде времени. это не значит, что это Божья воля, что ты заболел и умер, это потому что ты не имеешь откровения той свободы, которую Бог дает. И он говорит, надо иметь это понимание о этом хлебе. И мы с женой поломали этот хлеб и мы сказали, мы знаем один закон, что у нее есть аллергия, но есть еще высший закон, это закон веры. Это закон веры. Павел об этом учит, что это высший уровень, чем факты этой земли. И мы сказали, есть эта медицинская диагноз, мы понимаем. но мы понимаем еще высший диагноз, который Бог нам дал на кресте, что он заплатил за все немощи и все болезни. И я сказал, я не соглашаюсь с этим диагнозом, этот факт, я соглашаюсь с реальностью через веру истины, которую Иисус мне дал. И мы провозгласили, помолились и поверили. Потом утром мы просыпаемся, она тоже проснулась, я говорю жене, я ее понесу сразу туда, где было вред ей. Потому что я знаю, Иисус закончил на кресте и это совершилось в ее теле. Жена такая, давай, я соглашаюсь. Я говорю, все, если ты соглашаешься, то все, хватит. Я беру ее и ставлю в это место, где раньше у нее все воспалялось. У меня есть фотография на ее тело, когда смотришь, больно глазом смотреть на это. Полностью покрывалась этим всем. она просыпается и очень минимально было у нее еще. Я беру и сразу туда ставлю, этот день кончается и все полностью уходит у нее. И мы с этого времени даже не думали, какой там химикат, какой там ковер, какой там материал может быть. Почему? Потому что я понял один принцип царства. Против этого закона нету никакой нету никакого закона. Скажите закон веры. Сак Gesetz des Glaubens. Сак если бы я поверил, что доктора должны помочь и мне надо будет избавиться от этой болезни всю жизнь, моя дочка может быть всю жизнь боялась, что мне надо отбавляться или уходить от этой ситуации. Но я понял этот закон. Я сказал, я буду практиковать этот закон. Это не значит, что все теперь у меня идеально в жизни, потому что мы в вере растем, у нас новые откровения, это не значит, что каждый человек молюсь исцеляется. Но пока я не дошел до этого уровня, как Иисус дошел, я не останавливаюсь. Для меня самое главное, чтобы моя жизнь смотрелась как Иисуса жизнь. И этот стих в Римлян 1.17 что праведные живут верой. Вы знаете, проблема в нашей нации или в нашем городе не потому, что грешники грешат. Потому что грешники по-другому не знают, как грешить. Мы не должны смотреть на них, о, у нас проблемы, потому что грешники грешат. Нет. У нас проблема, потому что праведные не горят. если мы хотим, чтобы проблемы не были, праведные должны жить правильно. Это конференция огня. Я только понял. Я думал, это про сердца, а это про огонь. Я понял. И когда праведные живут в огне, в лейден шафт, тогда меняется все. не когда грешники грешат. Они по-другому не знают. А когда праведные горят для Бога, когда грешники видят огонь, и они всегда будут притянуты к правде. Во имя Иисуса. Аминь? Один очень интересный стих это евреям 11.6 Это глава герои веры. И там одна фраза я очень люблю. Без веры невозможно угодить Богу. Правильно я сказал? Аминь да. Ты не можешь угодить его. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надо чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть и ищущий ему его воздает. Так что мы только отношения даже имеем с Богом через веру. Есть даже такой стих, если вы помните, что все, что мы делаем без веры, это грех. Все, что мы делаем без веры, это грех. Ты можешь смотреть за детьми, сиротами, давать деньги нищим, помогать, кому хочешь, но если ты это делаешь без веры, это ничего. Мы живем верой. Мы функционируем верой. Потому что это самый высокий закон, закон веры, Павел говорит. И выше этого закона нет. Есть выше закон, притяжение. Есть выше закон, чем твоя болезнь, твой диагноз. вера. Смотрите Старый Завет. В числах 27 глава очень интересная история. Я хочу вам 27 глава в числах Моисей создал закон, правила все, которые должны все делать, но мы понимаем, что его откровение о Боге оно росло постоянно. Так как и наша. И он сделал закон такой, что первый рожден мужчина это самый главный человек в семье. Если у тебя нет сына, ты просто второй класс человек. А твой первый сын самый главный. и все имущество передается первому сыну. Он сделал такой закон, и это было их в их культуре, еврейской. Но здесь одна очень интересная история. В первом стихе здесь говорится о дочерях дочери из Лапогада. И здесь о нем чуть описывается. Здесь имена его дочерей, пять дочерей. Здесь написано, что эти пять дочерей пришли к Моисею. Номер один, это уже чуть неправильно, что они сделали. Чтобы женщина зашла в атмосферу не только Моисею, но здесь написано, что священник Ильезар, разные лидеры и конгрегация, которая там вся была. И они заходят в эту атмосферу. Это уже было стремно чуть. Они заходят и они начинают говорить Моисею. Смелый, я бы сказал так, полные веры, потому что они знали, что здесь что-то не справедливо. Здесь написано в третьем стихе, что их отец умер в пустыне. И там написано в конце этого стиха, что у него не было сыновей. И мы знаем по их культуре, что у него не было сыновей, значит у него все имущество, все деньги, все, что он заработал, вся территория забирает у него. И его имя просто стирается из истории. И дочери понимают, что они уже имеют своих детей, они уже замужем, и они понимают, папа нам помогал, папа построил свое, и теперь это все забирается от нашей семьи. Даже фамилия наша, даже наше имя будет из истории стерто, потому что нет сына в нашей семье. И они сказали, это неправильно. Даже если в законе Моисея это была правда, это была их культурная правда, была их культурная верность. С того времени это была правда. И они поставили это как будто это Божья правда. И они написали это в законе. И этот закон был святой. И они эти женщины верой этой смелостью они поняли, что этот закон Моисей говорит, что это святой закон, но здесь что-то не Божье. Это не такой Бог. Может у них было откровение, что Бог другой, чем какая культура показывается. Может славянская культура или немецкая культура покажет Бога таким. Но это не значит, если мы так на него смотрим, что он такой. Я был в 47 и 48 разных странах. В Африке, в Южной Америке, в Африке, в Азии, в Европе, в Европе, и я вижу в разных церквях, вы по-разному видят Бога. И для меня в некоторых странах был культурный шок, как говорят. Я думаю, вы вообще в грехе здесь? А потом я понял, это просто мое понимание. Это просто правило в моих церквях, в которых я вырос. Но ты не знаешь, что это Божий закон. И у меня был полон мозга или как правильно это сказать? И Бог много меня освободил от разных вещей. Он меня освобождал от неправильных пониманий. Потому что я поставил свою культурную и свою ученую уровень как будто это Божий уровень. и эти женщины слава Богу за сильные женщины. Даже в Старом Завете, где женщины унижают, Бог их оправдывает и Бог их поднимает. И мне очень нравится, что они зашли. и они говорят Моисею, наш отец умер. И ты хочешь даже нашу Фамилию, потому что Сына нету. что его поколения все зарабатывали и это все от нас забирается. На Светство. И четвертый стих. почему имя нашего отца вы забираете из семьи, потому что у него не было Сына. Я перевожу с английского языка, так что вы из митрии и смотрите, что они говорят. Вот это вера. Только вера может смотреть ситуации в лицо. зная, что я уже проиграл, но все равно говорит в этой ситуации. Закон очень четко показывает, ты приходишь на суд, и ты неправильный, здесь очень четко написано, ты проиграл, у тебя нет даже шанса, у тебя 0% шанса выиграть этот суд. Если ты правила какие-то нарушил, и в немецком законе написано, если ты так будешь ездить, ты такой штраф получаешь. закон. Если я получаю это нарушение, я знаю все, я должен платить, закон, закон, но они смотрят на этот закон, и говорят нет, этот закон неправильный, и они приходят, смотрят этому закону прямо в лицо, и говорят нет, отдай нам то, что отец наше семейство, наше наследство, Моисей легко могут посмотреть, женщины, что вы тратите мое время? Вот, вы закон знаете, почему вы вообще здесь стоите? Хоть мужик пускай скажет нам что-то, вы вообще здесь никто, Моисей имел право, и он был бы оправдан Богом, если он бы это сделал, потому что у него был закон, и все было легально, все было правильно, и он мог посмотреть, сказать, уходите быстрее, время мое тратите, но слава Богу за Моисея, что он не был просто religиозный лидер, но он знал отношения с Богом, и мне кажется, что когда он увидел этих женщин, что он почувствовал у них то, что он переживал с Богом, он почувствовал, что у них есть вес, к чему они говорят, он легко мог бы сказать, нет, все, уходите, уходите, и он был бы сто процентов прав, потому что этот закон был, но он почувствовал в атмосфере другой закон, он почувствовал в атмосфере, что есть уровень еще выше, чем тот, который земной, чем наша культура, чем наша education, education, наученность, чем наши дипломы, наши университеты нам говорят, это интересно, это хорошо, это нужно, но есть еще выше что-то, Соломон это говорит, что когда вы имеете мудрость от Бога, вы даже, которые не ученые, будете учить ученых, вот почему Иисус, когда ему было 12 лет, мог учить ученых, потому что у него был уровень, который выше их уровня, у них информация и факты, а у него была истина, у него была правда, у него было отношение с отцом, и Моисей, я думаю, в этот момент почувствовал что-то в них, он должен был сказать им, уходите, вы програли, но смотрите 6 стих, и написано, что Моисей принес ихнюю просьбу Господу, я не знаю, это вас шокирует, но это меня шокирует, я такой человек, который я люблю, чтобы все было по правилам, и по правилам было бы, и Моисей отосла бы их, но Моисей сказал, стоп, 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 здесь что-то в атмосфере, и я не буду такой религиозный, что мое правило это самое высокое правило, и он сказал, дайте мне момент с Богом поговорить, закон уже был, правила уже были, ответ уже был, но он почувствовал, что-то здесь происходит, и я верю, эта церковь такая церковь, которая понимает атмосферу неба, мы не только интеллектуалы здесь, мы не только законники здесь, но мы понимаем, когда Бог что-то делает, и Моисей почувствовал что-то в этих женщинах, и он сказал, я должен быть с Богом, потому что я чувствую, что-то здесь, я верю, что после этой конференции, после этого выходного, некоторые из вас почувствуют, что что-то в атмосфере, и вы знаете, что мне надо быть с Богом, потому что я начал повиноваться другому закону, я начал слушаться земному закону, немецкому закону, славянскому закону, любому закону, но вы понимаете, что в атмосфере Бога все меняется, и Моисей сказал, я пойду с Богом, и он был с Богом, слава Господу, что он пошел с Богом быть, слава Богу, что у вас постеры, которые знают голос Бога, у вас лидеры, которые понимают, что Бог делает, и смотрите, что написано, и смотрите, что написано, в 6 стих, в 5 стих очень сильный, очень важный стих, Бог имеет выше уровень, чем наш земной уровень, и Моисей сказал, я почувствовал что-то в атмосфере, я должен услышать от Бога, потому что, может быть, мои правила, они неправильные, потому что только Бог праведный, и в 6 стих, и в 6 стих, когда мы идем к Богу, когда мы идем к Богу, он всегда нам отвечает, и написано, что, и Господь сказал Моисею, я так рад, что этот стих в Библии, это мне показывает одно, что отношение с Богом намного лучше, чем какой-то религиозный акт, мы были сотворены для этого, я спрашиваю многих людей, почему Бог сотворил человека, и люди говорят, очень хорошие ответы, Бог нас сотворил, чтобы прославлять его, звучит красиво, Бог нас сотворил, чтобы мы повиновались ему, послушались его, Бог нас сотворил, чтобы мы служили ему, все звучит красиво, все звучит религиозно, правильно, как будто, но он не для этого нас сотворил, у него уже было самое лучшее прославление на небе, если смотришь, если начинаешь изучать ангельские эти уровни, первый уровень, это четыре этих бис, зверя, животные, и четвертая глава, четвертая глава, откровение, говорит нам об этом, все, что они делают, на вечности, Бог их сотворил, чтобы на вечности они это делали, поклоняются, и они говорят, слава, 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 святый, 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 святий, и на всю вечность, они представляют Бога, второй уровень ангелов, это 24 старца, die zweite eben das sind die vierundzwanzig ältesten и все что они делают они получают награду корону эту sie bekommen ihre belohnung die kohne и они снимают ее und sie nehmen sie wieder говорят нет мы не достаем только 1 das ist nicht würdig jesus du bist du nicht награду du bist du alles was sie tun es ist diese ihre wieder zurückgeben бог нас не сотворил что было больше поклонников ему у него уже было самое крутое поклонение gott hat uns nicht schaffen damit er mehr an beta hat er hat schon die kurzen an beta он нас не сотворил чтобы мы слушались его и hat uns auch nicht erschaffen у него было уже много ангелов которые послушались его и которые служили ему и hat sie genug en el um in a rum die gehörte этого бог нас отворил dafür hat gott uns nicht geschaffen ну от чего мы сотворены показывает для чего мы сотворены denn wir sehen wovon wir erschaffen sind sehen wir wofür wir erschaffen sind от чего мы сотворены aus was sind wir geschaffen отец сын и дух святой правда vater sonn und heiliger geist sie haben sich vereint они были у них была эта группа sie hatten dieses team diese группы первая как вы называете их эти группы церковные группы как вы называете их маленькие группы или как вы называете их маленькие группы малые группы das sind die klein групп первая малая группа вот die erste klein группы da biblia начинается с малой группой так чтобы должны быть все в малой группе я даже хочу сказать ich möchte sogar so sagen здоровье нашей церкви это малые группы die gesundheit unserer gemeinde das sind die kleinen групп наши церкви сейчас через неделю исполнится 5 лет unsere gemeinde wird in einer wache fünf jahre они через две недели oder noch zwei wochen и мы в калифорнии в штате где очень сложность чтобы церкви росли und in californien ist es wirklich schwierig dass die gemeinden wachsen во флориде в техасе открываешь все придут сразу machst du eine gemeinde auf und alle stürmen da можно открыть церковь и значит ты будешь иметь хорошую церковь wenn du dort eine gemeinde gründerst dann weiß du wirst eine tolle gemeinde haben там не вопрос ты христиан или нет там вопрос в какую церковь ты ходишь ist nicht die frage bist du christ oder nicht sondern ist die frage in welche gemeinde калифорния это полностью не то in californien ganz anders если у тебя хорошая церковь в калифорнии значит бог реально вдыхнул ну что это просто там sodom и gomorra eine gute gemeinde in californien hast dann hat got up wirklich etwas hineingegeben denn dort herrs sodom und gomorra 5 лет будет и werden jetzt 5 jahre и наша церковь начала очень быстро расти и даже во время к вида und unsere gemeinde hat angefangen sehr stark zu wachsen so eine Zeit von kovid Gott hat einfach etwas eingehaut und wir haben ungefähr 2000 mitglieder und das ist in californien so ähnlich wie in deutschland das ist fast nicht real na 50 nicht so мы сейчас сделали water baptism водное крещение in Pfingsten haben wir jetzt gerade vor kurzem wassertaufe gehabt und unser pastor hatte so eine Vision um das auf Pfingsten ein Jahr zuvor zu machen und er hat angefangen es mitzuteilen und einige haben gesagt von gemeinden wir wollen auch mitmachen und wir haben uns dort versammelt auf einem historischen Ort wo vor 50 Jahren eine Erweckung gestartet hat man hat vor kurzem einen Film darüber gedreht Jesus Revolution und es geht um diese Bewegung der Hippies die dort angefangen hat die Regierung konnte den Hippies damals nicht helfen sie wussten nicht was sie mit ihnen machen sollen Gott wusste es aber sie brauchten einfach Feuer und vor 50 Jahren fing die Erweckung an die nach wie vor ein Einfluss hat auf die Gemeinde in Amerika und vor 50 Minuten von da wo ich wohne da gibt es ein Abschnitt am Ozean am Strand und 200 Gemeinden haben sich dem angeschlossen und wir haben einen Weltrekord aufgestellt wie viele Wasser-Teuflinge es an einem Tag in Amerika gegeben hat und wir von drei bis sieben Uhr abends und von drei bis sieben Uhr abends kreстили 4200 Menschen haben wir 4200 Menschen getauft Warum sage ich das? Warum sage ich das? Gott bewegt was in unserer Gemeinde jetzt und die wichtigkeit in unseren Gemeinden das sind genau diese kleinen Gruppen wir werden nur wachsen wenn wir uns vereinen also wenn du in keiner kleinen Gruppe bist dann starte eine kleine Gruppe und nimm Menschen auf und wir sehen die erste kleine Gruppe hier im Himmel sie haben sich vereint und Gott sagt let us make man in our image lasst uns einen Menschen in unserem Ebenbild machen nicht ich erschaffe einen Menschen in meinem Ebenbild sondern lasst uns einen Menschen schaffen lasst uns einen Menschen schaffen nach unserem Ebenbild also nicht mit einer Person zusammen wird diese Entscheidung getroffen Vater, Sohn und Heiliger Geist durch Beziehung durch Einigkeit und wir wurden erschaffen aus Einigkeit heraus aus Beziehung aus diesem intimen Kreis und aus dieser Atmosphäre er schafft Gott den Menschen deshalb sind wir auch dafür erschaffen wir sind für Beziehung erschaffen wir sind für Beziehung erschaffen wir sind für Beziehung erschaffen wir sind erschaffen wir sind erschaffen damit wir diese intime Beziehung haben mit Jesus dafür sind wir da und preist dem Herrn, dass Mose es begriffen hat wir sind nicht erschaffen damit wir anbeten und gehörsam sind warum tun wir das aber dennoch weil wir die Beziehung haben wenn ich eine Beziehung mit meiner Frau habe wenn es mir einfach ihr zu dienen ich weiß sogar, auf was für eine was für eine Ebene oder in welchem wie es um unsere Beziehung steht an der Art wie schwer oder leicht es mir fällt ihr zu dienen wenn sie mich etwas bittet und ich sage das zeigt mir, wie unsere Beziehung steht wenn alles cool ist ja natürlich, mein Schatz, so short, klar alles gut für dich, teuerste ist das so? wenn es leicht ist einem Menschen Ehre zu geben dass die Beziehung gut ist, dasselbe mit Gott dass die Beziehung gut ist, dasselbe mit Gott wenn die Beziehung wenn die Beziehung dann ist es leicht zu anbeten das ist natürlich über dich das kommt natürlich über dich ich kann einfach meine Hände erheben und sagen Gott, ich liebe dich, warum? weil die Beziehung stimmt und Mose hat verstanden, Beziehung ist Nummer 1 und so geht es zu Gott und Gott spricht die Musikanten können schon nach vorne kommen wir kommen zum Abschluss in Vers 7 und er sagt ihr statements are right die sagen, dass recht ist was sagt Gott hier? was sagt Gott hier? was sagt Gott hier? achtet mal genau darauf Gott sagt, Mose sie 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 haben recht was bedeutet das? du hast nicht recht dein Gesetz красивенький ist schön kulturell ist kulturell es scheint richtig aber wenn sie recht haben das bedeutet dein Gesetz ist falsch manchmal bilden wir gesetze und erschaffen regeln die nicht nach Gottes Herzen sind und schaut mal was Gott zu Mose sagt in dem gleichen 7 vers dass er das erbteil das das Grundbesitz das was seinen Brüdern gehörte dass es zurückgenommen wird und den Töchtern abgegeben wird und er sagt Mose hier wirst du nun gegen dein Gesetz handeln müssen und aus ihrem Glauben aus ihrem Glauben я дам ihm wegen ihrem Glauben gebe ich ihnen за верой вашей церковь aus wegen deinem Glauben Gemeinde Gott хочет дать вам möchte Gott dir geben selbst wenn deine Kultur es anders ansieht selbst wenn deine Kultur es anders ansieht selbst wenn die Wissenschaft es anders sagt selbst wenn die Info auf der Welt hier anders ist моя верa имеет высший закон aber mein Glaube hat einen höheren Gesetz dein Glaube hat ein höheres Gesetz und so wie Gott zu Mose sprach sie haben recht ausdai ihm землю gib ab das Land und was sagt er hier noch seid ihr bereit für den letzten Moment давайте wstangen aufstehen wer möchte den letzten Moment hören und dann kommen wir zum Schluss weil die Kinder laufen uns schon davon смотрите 8 стих in Vers 8 was вашa vera nicht nur вашu situation изменяет eure Glaube verändert nicht nur eure situation schau mal was hier noch geschieht im Vers 8 spricht Gott zu Mose noch sage ich dem Mose sag es ganz Israel dass dein Gesetz blöd ist, der hat es vielleicht nicht so gesagt aber dein Gesetz ist hier falsch dein Gesetz ist hier auf der kleinen Ebene das ist die neue Regel und er hat das Gesetz erhoben auf eine neue Ebene und er hat das Gesetz der Geschichte Israels verändert hört mal zu euer Glaube es braucht nicht nur ihr es braucht nicht nur deine Familie sondern dein Glaube wird Deutschland verändern es wird diese Stadt verändern es kann den Lauf der Geschichte ändern die Glaube dieser Töchter hat den Lauf der Geschichte Israels verändert weil es eine neue Ebene gab und ich glaube dass die Atmosphäre heute aufgeladen ist mit Glaube ich merke das heute es gibt in unterschiedlichen Atmosphären Gnade für unterschiedliche Dinge manchmal kommt die Gnade für Heilung manchmal für Befreiung und Gott bewegt sich stark in diesen Töchter und Gott bewegt sich stark in diesen Töchter und heute ist die Atmosphäre des Glaubens und heute ist die Atmosphäre des Glaubens und diese Gemeinde das ist ein Haus des Glaubens die Pastoren hier die Pastoren hier die Leute hier das sind Männer des Glaubens 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 so wie Mose sie wissen das ist egal das Gesetz ist wichtig aber die Beziehung zu Gott ist wichtig deshalb habt ihr diese Konferenz weil sie wissen sie brauchen Feuer sie brauchen Feuer sie brauchen Feuer sie brauchen Feuer sie brauchen прис Kung es braucht die Gnade aber das braucht Glauben für dieses Land es braucht Glauben für dieses Land es braucht Glauben für diese Regierung es braucht Glauben für diesen Regierung es braucht Glauben für Osnabrück wenn das Glauben realist она geschreht она wird das Glauben Es wird die Nation erschüttert und die Geschichte im Namen Jesu. Ich möchte einen kurz vorbeizenden einen Aufruf starten, wenn es hier Menschen gibt, die ihr bereit seid nicht euer Knie zu beugen vor der Kultur oder vor der Religion oder zu dem, was du verstehst. Sondern du spürst, du brauchst eine neue Ebene des Glaubens in deiner Situation, in deiner Familie, in deinem Körper, vielleicht auch in deinen Finanzen und du verstehst, es gibt eine neue Ebene des Glaubens und du brauchst diese Glauben. Dann komm bitte nach vorne. Komm ganz schnell. Diese Atmosphäre gibt uns Gnade für Glauben. In dieser Atmosphäre gibt es Gnade für Glauben. Danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus. Lasst uns unsere Hände heben. Lasst uns einfach sein Nachbiet. Just sing any kind of song, just honoring, worshiping his name. Gott, wir erheben deinen Namen. Nicht таких, wie du. Durch die Beziehung, die Mose mit ihm hatte, gab es ein Durchbruch für die Nationen. Durch die Beziehung, die wir haben, wird ein Durchbruch für die Nationen. Und ein Haus für Versorgung sein. Und wenn man hier über Spenden spricht, ich sage, dass es nun zu dir, Pastor, und zu deinem Team, dass was hier vorher sein wird, dass es hier Menschen gibt, keine finanziellen Probleme haben. Es wird sein, das wird großzügigkeit sein, der gerne gibt. Wir sind Gott sehr gleich, wenn wir geben. Wir sind Gott sehr ähnlich, wenn wir großzügig sind. Denn alles, was Gott tut, er gibt und er ist großzügig. Wenn du, wie Gott aus ihm willst, wir sind großzügig und lieben uns zu geben. Und ich sage, dass dieser Haus, diese Kirche, sie wird nicht im Mangel sein, sondern diese Kirche wird der Welt zeigen, wie man großzügig sein kann. Es wird für die Nationen großzügig sein, für die Evangelien, wir werden großzügig sein für andere Gemeinden. Im Namen Jesu, ich spüre das einfach, dass hier Gnade kommt für Großzügigkeit, für's Geben, im Namen Jesu. Und ich sehe, dass Gott hier Geschäftsmänner erhebt, die gerne geben, die gerne geben, und Gott wird diese Menschen segnen. Und ich weiß, ihr erhebt sie schon. Aber durch unser Geben, ich spüre das einfach im Ganzen, durch unsere Großzügigkeit, durch unsere Großzügigkeit erhebt sich der Glaube. Und jetzt in dieser Atmosphäre werden wir einfach Gott preisen. Und dieser Duh верy, diese Glauben, diese Salbung des Glaubens, wird es gehen, wird es gehen, über dieses Haus kommen. Es wird über euch kommen, im Namen Jesu. Jesus, 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 there is no one right here, Und der Name, Jesus, 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 Wir haben deinen Namen, deinen Namen, Jesus. Wir haben deinen Namen, deinen Namen, Jesus. Wir haben deinen Namen, deinen Namen, Jesus. dass du uns die Verheiratet hast, dass du uns die Wahrheit verheiratet hast, dass du uns die Wahrheit verheiratet hast, nicht in die Wahrheit, sondern in die Wahrheit. Und gerade jetzt, wir verbinden diesen Geist der Verhöhung in Jesus. Wir verbinden diesen Geist der Verhöhung in Jesus. Wir haben Vertraue in Jesus einigenissant Jesus und eine Vertraue. Und Du bist vor allem, Du bist vor allem, Du bist vor allem, und wir werden diese Ebene machen und wir werden fünf und fünf. Wir werden diese Ebene machen, dass diese Gesellschaft versucht, dass sie immer mit dem Vertrauen wie Moise, das richtige Mann, der in den Welt ist, der sich von derurchsicht gehört, und von der Matte hören, und von der hermstehung. und die Wahrheit auch sprechen will. Ich fühle mich das für dich, Pastor. Und ich fühle mich das für dich, Pastor. Ich fühle mich das für dich, dass Samuel, alles, was er gesagt hat, nichts Wort nicht aufs Herz. Alles war real, alles действенно. Wie bei Samuel, kein Wort von ihm ist einfach auf den Boden gefallen, sondern alles wurde realisiert und es war geworden. Und ich sage, wenn du proklamierst, wenn du was sagst, wenn du das Volk leidest, dann ist Gott mit dir. Und alle Generationen nach werden verändert aus deinem Glauben, wegen deines Glaubens, wegen deines Werte. Ich schweig dich, Pastor. Ich schweig dich, Pastor. Ich schweig dich, Pastor, den du hier hast. Und ich schweig dich, dass du hier bist. Und ich glaube, dass du hier bist, dass du neue Arbeit machst. Und wir bedanken, dass diese Gemeinde, nicht gunnen, dass du nicht auf die hindern. dass dieithinnen unsere Stadt leid an. Dass die hindern die die direkten, dass unsere Beziehung verbaut. Und wir sehen uns, dass unsere Beziehung mit dem handeln, dass unsere Beziehung Und ich glaube, dass es ein Haus des Glaubens. Und ich glaube, dass es ein Haus des Glaubens. Und ich glaube, dass es ein Haus des Glaubens. Und ich glaube, dass es ein Haus des Glaubens. Und ich glaube, dass es ein Haus des Glaubens. Und ich glaube, dass es ein Haus des Glaubens. Und ich glaube, dass es ein Haus des Glaubens. Und diese Botschaft über Gott ging durch Salomo durch. Afrika hat von Gott erfahren, dass Gott lebt durch Salomo. Das ist die Königin von Saba. Sie hat die Wahrheit von Salomo ergriffen. Und diese Weisheit wurde dort verbreitet. Die Weisheit Gottes, wir befreien sie heraus. Wenn du diese Weisheit brauchst, im Namen Jesu. Wir haben heute genug Glauben, dass diese Gnade auf uns kommt. Auf unsere Häuser. Auf unsere Karriere. Auf unsere Arbeit. Auf unsere Finanze. Auf unsere Finanze. Auf unsere Finanze. Auf unsere Finanze. Wir sind die Einmal Chip. Auf unsere Finanze. Auf unsere Finanze. Wir sind an dieser Ah knowetf Megaus. Auf unsereici für Wunderschöne. Bei mateET Gnade. Auf unsere Finanze. Und ich führe noch für diese Gemeinde, dass Gott eine compareurende die 큰 konflik Always. Und ich glaube, dass Gott durch euch���商 wird hier auch etwas über begrenzert. Und ich kenne das Airf Jesu. Und Gott sieht aus, dass durch euch lieder geschrieben werden. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon macht. Do you guys write your own songs? Not yet. Trying to start. Probieren, zu starten. Wir versuchen neue Lieder zu selber zu schreiben. Und ich proclamiere, dass Gnade darauf geht. Es wird wie eine Welle kommen. Und ihr werdet Lieder schreiben. Und ihr werdet Musik machen. Und es wird aus eurem Haus kommen. Volle Glaube. Und unterschiedliche Gemeinden, alle Nationen werden diese Lieder singen. Weil sie diese Atmosphäre wahrnehmen können. Eine Atmosphäre des Glaubens. Eine intimität mit Gott. Und es wird sich verbreiten. Eine Offenbarung geht aus diesem Haus. Und es wird beschehen im Namen Jesu. Und ich bin sicher, es wird sogar ein Unterschied. In der Sprache des Glaubens. Und nicht nur in Deutsch. Und auch im Russischen. Und in der Englisch. Auch in Englisch. Ich proclamiere, dass die Atmosphäre dieses Haus nicht übersetzt wird. Und sich verbreiten wird. Im Namen Jesu. Wenn du heute diesen Glauben empfangen hast. Und ich werde mich in diesem neuen Offenbarung bewegen im Namen Jesu. Ich nehme diesen Glauben. Diese Glauben, der Berge versetzt. Im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesu Christi. Im Namen Jesu Christi. Ne забудьте, приходите вечером, в 3 часа сегодня. Vergiss nicht, kommt heute nochmal um 15 Uhr. Ich möchte das weiterführen dieses Thema. Es wird eine sehr interessante Botschaft geben. Und ich denke, ihr wird euer Verständnis ändern zu dem, was ihr zuvor geglaubt habt. Und das wird unser Verstand verändern. Also kommt noch. Wir werden für Menschen beten. Wir werden unsere Hände aufhören. Und wir werden diese Konferenz in Kraft zu Ende gehen lassen. Wow. Halleluja. Давайте wir uns geben, dass es Gott ihr Lieben gibt. Господь, danke dir, Herr, für diese Zeit. Halleluja. Halleluja. Господь поднимает нас на новый уровень. Ja, der Herr bringt uns in eine neue Ebene. Halleluja. Итак, дорогие. Also ihr Lieben. У нас сейчас Pause. Jetzt haben wir Pause. Und wie ich schon sagte. Есть возможность, где покушать. Die Möglichkeiten, wo man was zu essen bekommen kann. Könnt ihr bitte auch die Folie ausstrahlen jetzt, wo man die QR-Codes abscannen kann, die Orte. Ja, da sind wir jetzt. Ja, und das ist die Möglichkeit, wo ihr einfach einfach zu essen könnt. Da könnt ihr dann die Adresse herausfinden durch den QR-Code, wo ihr hingehen könnt zum Essen. Und genauso ist aber die Cafeteria dennoch geöffnet. Da kannst du noch kaffee trinken. Ja, es gibt Kekse, um zu wenig zu essen. Und vielleicht Kekse oder Kuchen. Ja, da sind Sie geöffnet. Und bis zum 15 Uhr. Eine Bitte zum Gebet. Bitte jetzt nicht zu Misch gehen, sondern erst nach dem zweiten Gottesdienst. Jetzt ist es Mittagzeit, er wird nicht gebeten. Okay, geöffnet. Ja, da sind geöffnet. Ja, da sind geöffnet. Gebet. Ja, da sind geöffnet. Ja, da sind geöffnet. Gebet. Ja. Gebet. Ja, da sind giro cultura.